Bei der Hermanns AG bilden wir aktuell 18 junge Menschen in verschiedenen Bauberufen aus. Viele unserer Azubis kommen aus Madagaskar. In 2018 hat Haya Trimoson aus Madagaskar seine Ausbildung bei uns als Straßenbauer begonnen und in seiner Heimat von seinen positiven Erfahrungen bei uns berichtet. Seitdem erhalten wir regelmäßig Bewerbungen aus Madagaskar. Hermanns unterstützt uns bei der Einleitung, der Erfüllungsschule und bei Deutschkursen. Es fordert viel Engagement, aber die Belohnungen sind zufriedene und motivierte Mitarbeiter und die brauchen wir dringend. Wir sind ein gutes Team und unterstützen uns gegenseitig. Die Ausbildung hat mir viel Spaß gemacht und ich freue mich über jeden neuen Kollegen. Die meisten Azubis bleiben nach ihrer Ausbildung bei uns. Ich habe 2021 meine Ausbildung zum Kanal Bauer geschlossen und arbeite seitdem bei Hermanns auf Baustellen in ganz Deutschland. Für uns ist Ausbildung eine Investition in die Zukunft, die sich wirklich lohnt. Erfüllungsschule und Fikaria atmos Imablimation. Untertitelung des ZDF für funk, 2017